Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück, ihr Freunde. Wir reagieren heute auf den neuen Song von Knossi. Manni mag Sascha Hellinger und Sido. Heiligenschein, der kam letzte Woche schon raus, aber jetzt kam halt das Musikvideo raus. Ich dachte, wir reagieren mal gemeinsam drauf. Los geht's. Jetzt. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten, muss wirklich sagen. Ich bin wirklich komplett noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich habe das Weihnachtscamp auch nicht gesehen, aber das wurde ja da gedreht. Dementsprechend bin ich gespannt auf das Musikvideo. Und dann bist du damit abgehauen, das Leben ist hart. Ein krasser Einstieg von Knossi. Gefällt mir sehr gut. Muss ich wirklich sagen, er hat's schon drauf, dass er eigentlich ein YouTuber ist und halt rappt, sag ich mal. Dementsprechend, gerade ein sehr, sehr nice Einstieg. Zehntausend hinten, trotzdem lege ich Nas. Sie sagen, ich bin nicht normal, doch ich gehe nicht zum Arzt. Aber letzte Nacht hatte ich einen Traum. Mit deiner Schleife um den Sack, lag ich nackig unter dem Baum, Mann. Wie hat er denn jetzt auch schon so einen Traum, nackig vor dem Weihnachtsbaum zu liegen? Und, also ich habe schon ganz, ganz andere Sachen geträumt. Dementsprechend, holy shit, im Hintergrund sieht er aus wie Nico dos Santos. Also wie gesagt, ich habe das Camp nicht verfolgt. Aber, ich dachte mir, wir schauen einfach mal rein. Kann man ja mal machen, oder? Auf der Santa Claus hat keine Scheiße. Ich bin bereit für diese heilige Nacht. Ich bin Knossi. Disco Pogo Dingelingeling. Nein, Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Es geht direkt weiter mit Money Mark. Auch ein guter Einstieg, auch wenn ich Money Mark nie so feiere. Weil, naja, die Disco Pogo Sachen fand ich immer so lala. War eigentlich zum Tanzen immer ganz nice, sag ich mal. Zum Abgehen im Club. Aber sonst, Money Mark, nicht so mein Fall. Ein Meter groß und ein Pimmel wie ein Kind. Doch die Frau, die 50 Euro kostet, nimmt mich wie ich bin. Ich hab ne Villa, weil ein Rapp... Okay, okay, die Line war wirklich nice. Hat mir so gut gefallen, die Line. Ein Pimmel wie ein Kind. Sehr, sehr selbstironisch angehaucht. So was mag ich, ja. Wer immer so wohnt, doch ich bin Weihnachten allein und Silvester alone. Mein Ruf ist im Eimer, seitdem man mich kennt. Doch alles brennt, wie beim vierten Advent. Ich bin Money Mark. So muss Weihnachten sein. Heute trage ich meinen heiligen Schein. Wer dabei ist, lässt. Für das Weihnachtsfest. Eine Eins im Chat. Wir gehen rein. Sehr, sehr lustige Hook. Alle vier singen mit. Sind mit eingebunden. Finde ich sehr gut. Sind sehr gut abgestimmt. Also, die Hook vermittelt schon Weihnachtsflavor. Das ist ja auch so ein Mythos, dass Sascha keine Freundin hat, weil man sie halt nicht sieht. Nie Videos dabei und so. Bei ihm feiere ich auch die unsympathische Art mittlerweile. Und ich muss wirklich sagen, der ging ja wirklich krass durch die Decke. Also, sein Hype hält weiter an. Ich bin gespannt, wo ich das alles noch hin verleiten mag. Jetzt kommt der Part von Sido. Rap-Technisch halt der stärkste von den vier. Aber das Gesamtpaket von den vier zusammen ergibt halt eine einzigartige Kombination. Dementsprechend feiere ich das, was sie machen. Mit dem Horror-Camp und mit dem Angel-Camp haben sie Meilenstein erreicht auf Twitch. Und ich schaue zwar nicht so auf die Livestreams von Knossi und so, nur manchmal die Highlights. Also schon sehr, sehr unterhaltsam. Ich bin scheiße, weil es viel zu verkrampft ist. Ich bin lieber in Zimmer 420. Denn ich will froh und munter sein. Und darum quäle ich Adele, Mann. Ich hoffe, sie kann uns verzeihen. Ich will diesen... Auch sehr nice, wie die auf dem Karussell fahren. Video gefällt mir sehr gut. Also, alles sehr weihnachtlich angehaucht, schön dekoriert. Sehr, sehr... Da wurde auf jeden Fall Mühe gegeben. Bei dem Einrichten von dem Stream-Ort, wo die gestreamt haben. Das finde ich sehr, sehr krass. Kees, ich will diesen Zaster, ich will diesen Zaster zurück zu den Kees. Das Herz voller Liebe und den Kopf voller Gin. Denn es ist Weihnachten und süßer diese Glocken nie klingen. Ich bin lieber. So muss Weihnachten sein. Heute trage ich meinen heiligen Schein. Wer dabei ist, lässt für das Weihnachtsfest. Eine Eins im Chat, wir gehen rein. Eine Eins im Chat. Wir gehen rein. Jetzt kommt nur eine Bridge und verleitet dem Ganzen noch die gewisse Würze. Das Abwechslung, sehr gut. Ich habe halt nur gesehen, im Weihnachts-Kampf, wie das Video gekotzt hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr unterhaltsam. Das war der Sascha gerade in der Krippe. Alter. Die haben ja nicht das Krippenspiel nachgespielt. Das muss ich mir auf jeden Fall in den Highlights anschauen. Hooli Mooli. Oh, Weihnachten. Das ist echt so soft. So muss Weihnachten sein. Heute trage ich meinen heiligen Schein. Wer dabei ist, lässt für das Weihnachtsfest. Eine Eins im Chat, wir gehen rein. So muss Weihnachten sein. Heute trage ich meinen heiligen Schein. Wer dabei ist, lässt für das Weihnacht... Jetzt, nach dem Lied bin ich wirklich in Weihnachtsstimmung. Ich packe gleich mal die Sachen zusammen. Und baue einen Weihnachtsbaum auf. Werde ihn schmücken. Das Bild kann man dann auf Instagram sehen. Da kann man mir gerne folgen. Ich werde das alles verlinken. Danke. So Leute, das war's mit dem Video. Das Video hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss wirklich sagen, interessant, interessant, interessant. Ihr könnt mir den Kanal gerne abonnieren, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Bitte heute macht's gut. Ciao.